Bist ihr noch beim Darts damals? Ja, ja. Nein. Der Frank und der Fritz im ewigen Duell. Ewig knappes hin und her. Wie in allem bei denen eigentlich. Und wie der Frank den Fritz in der letzten Runde. Wie der ganz still ist grau. Ganz gefasst. Und dachten wir? Dachten wir. Ja. Ja. Zugepostet. Den Drink der Ex. Und dann den Darts-Pfeil dem Frank und der Schulter. Was haben wir gelacht? Wie im Film sah das aus. Wie dieser Blutfleck im Baumwollstoff immer weiter wächst. Schnaps mit Säber drauf. Ach, die meinen sich doch nie nur grün, wenn diese Konkurrenz mit der Mutter wächst. Ja. Und dann schiebt sich die Mimi dazwischen. Wie ein Keil. Wie ein Stoßdämpfer. Wie ein Topflappen. Die Reibung hat sich ja gesund abgebaut immer. Und der lässt die noch ganz anders anpacken. Verstehst du? Weißt du das? Wir sind alle. Aber der Fritz nicht. Klar weißt du das. Ja? Ja. Natürlich. Das war schwer. Das ist die Mimi, der nicht beim Frank ist. Verlässlich wie die Müllabfuhr. Wechselt die Orte wie ein Scheidungskind. Ist dem egal. Was die an der finden. Gesicht wie konstant Sonnenbrand. Was die anfasst, muss man nachher polieren. Fritten Mimi. Fritten Mimi. Fritten Mimi. Fritten Mimi. Hatte. Co liberation! Do find out howifts for Vise. Vielen Dank.